Sechs Wochen haben sie versprochen. Sechs Wochen. Und jetzt ist es bereits 14 Wochen her. Hier steht's. Sechs Wochen Kartoffel. Und erst jetzt reif. Naja, wir schauen sie uns mal an. Die Blätter, die werden langsam gelb und sie bekommen hier die Krautvolle. Deswegen ist es jetzt an der Zeit, sie rauszuholen. Stein. Das ist keine Kartoffel. Das ist eine Kartoffel. Tja, nicht viel dran. Vier Kartoffeln an einer Pflanze. Und dann noch recht kleine. Hier sieht man mal ein schönes Beispiel. Das ist die Kartoffelpflanze hier. Hier eine ziemlich matschige Kartoffel. Das ist die Mutterkartoffel. Und aus der sollten dann eigentlich viele andere kommen. Aber nur eine. Das lohnt sich natürlich nicht. Dafür riesige Regenwürmer. Schaut euch die Dinger an. Unglaublich. Sind die nicht wunderschön? Ja, du darfst zurück in die Erde. Sind lichtscheu. Bruder, du sorgst für einen frühen Tod. Oh, mein Herz. Hi Frank. Grüß dich. Mein Bruder ist gerade angekommen und hat mich ordentlich erschreckt. Und wenn er schon da ist, werden wir die Kartoffeln auch gleich mal probieren. Ab ins Wasser damit. Und eine Violetta habe ich auch noch ausgegraben. Die ist zwar noch nicht ganz so weit, aber einfach mal zum Probieren und anschauen. Die soll ja recht hübsch sein. Unglaublich. Also selten so ein schlechtes Ergebnis gehabt. Eine Reihe. Sechs Wochen Kartoffeln. Ja, man muss aber dazu sagen, es war ja zuerst saumäßig trocken. Ich habe die so gut wie nicht gegossen. Und dann war es kalt und total nass. Also so gute Bedingungen hatten sie ja nicht gerade. Vielleicht schmecken sie dafür umso besser. Und zu den Kartoffeln immer Salz mitgeben. Warum? Dass das Wasser die Mineralstoffe aus den Kartoffeln nicht aussaugt. So ist es ausgeglichen. Guckt ihr mal die Farbe an. Was ist das denn? Das werden die blauen sein. Also ganz merkwürdig. Schaut euch das mal an. Hier so eine Cyan-Farbe. Das muss von den blauen Kartoffeln kommen, schätze ich mal. Unglaublich, wie die färben. Und immer Deckel drauf, spart Energie. Unglaublich. Die Farbe wie in einem Chemielabor. Kartoffeln sind fertig. Einmal die Violetta. Einmal die Sechs-Wochen-Kartoffel. Frank, nimm dir eine. So, Name ist Programm, ganz klar. Wir essen sie mit Schale. Das ist ja eine ganz junge Kartoffel. Und die Schale ist dünn und nicht zäh. Ist jetzt nicht herausragend, aber gut. Nee, aber schmeckt. Hat was von Kartoffeln. Das habe ich sonst bei diesen Farbigen oft nicht. Das ist jetzt die Sechs-Wochen-Kartoffel. Wunderschön gelb, schöne Farbe. Gut. Schmeckt gleich noch kartoffeliger. Aber nicht viel. Also wenn ich jetzt die Bamberger Hörnchen mache, hätte zum Beispiel. Aber sie ist gut, ne? Was ich ja gerne zu Kartoffeln esse und was super passt, ist Leinöl. Müsst du mal ausprobieren. Magst du auch? Ja, klar. Die so ein bisschen reinmatschen. Kleines bisschen Salz drauf. Das ist ein kräftiges Leinöl, gell? Das Beste zur Kartoffel ist ein Bleib-Butter. Ja, sollen wir schnell eine holen? Einfach schön. Riecht gut, finde ich. Unglaublich, die Butter, oder? Nicht so, dass ich nicht schon Kartoffeln mit Olivenöl probiert habe. Aber es kommt nicht so gut wie mit Butter. Das verdoppelt doch den Geschmack. Ja. Wahnsinn. Wie geht es deinem Auto? Deinem Subaru Libero? Jetzt läuft er super. Wieso, was war? Er hat mich geärgert. Mir ist im Tessins Getriebe kaputt gegangen. Auf 1800 Höhenmetern. Es war abenteuer. Fünf Stunden hat es gedauert, das Getriebe so weit zu zerlegen. Den fünften Gang auszubauen. In der Werkstatt? An der Bushaltestelle. So legst du ein Getriebe an der Bushaltestelle. Du brauchst doch eine Hebebühne und Werkzeug. Ich habe einen Wagenheber und ich habe das meiste Werkzeug. Dorfbewohner hat mir dann noch mit einem Hammer ausgeholfen und einem Abzieher. Ja, am Ende war das Getriebe dann die Gänge 1 bis 4 noch übrig. Und mit denen konnte ich immerhin weiterfahren. Eieiei, du machst Sachen. Also Fragen, Resümee? Gut, mittel, schlecht? Die blauen hauen mich geschmacklich nicht um, wobei die hellen auch nicht. Die hellen sind etwas besser. Aber beide könnten deutlich kräftiger sein. Frank, danke für den Besuch. Gerne, danke für die Kartoffeln. Danke fürs Verkosten. Super, kommen gut nach Hause. Die Füße müssten ungefähr hier sein. Also Platz für Motorraum ist da nicht. Motor ist irgendwo da hinten. Ein Riese im Minibus. Aber der Platz reicht. Ciao, ciao. Aber ich habe ja noch mehr Kartoffeln. Einmal die frühe Prettigauer. Die hat sich hier in dieser Reihe voll mit Unkraut versteckt. Da muss ich unbedingt mal frei machen. Und zwar bevor sich dieses ganze Unkraut hier aussamt. Oder dieses. Oder dieses. Während das hier okay ist. Das ist eine Hirse, die sich von selber aus gesamt hat. Und bevor man es rausschiebt, mache ich es lieber gleich. Aber erstmal hole ich die Reihe Frühkartoffeln noch raus. Das ist die frühe Prettigauer. Hier ist die Ernte etwas besser, aber auch nicht gerade doll. Ab in die Küche damit. Dann das ganze Unkraut raus. Ja, hier ist es Unkraut. Denn das sind verschiedene Gräser, die Ackerwinde und Fuchsschwanzgewächse. Und die sollen sich hier auf keinen Fall weiter verbreiten oder gar aussamen. Ich arbeite hier ziemlich genau. Hol alle Wurzeln raus, damit es in zwei Wochen nicht wieder so aussieht. Das Unkraut kommt außerdem zu den Hühnern. Aber nicht in den Hühnerstall. Denn das kommt dann ja peu a peu wieder auf meine Beete. Und somit würden die Samen dann wieder auf meinen Beeten landen. Sondern in den Hühnerauslauf. Da können sie rumpicken und fressen, was sie fressen mögen. Und in diesem Feld hier habe ich noch zwei Reihen Bamberger Hörnchen. Das sind aber späte Kartoffeln. Die kommen erst so in vier, fünf Wochen raus. Hier in der Reihe, das sind Buschbohnen. Und die ernten wir fast jeden Tag durch und wachsen wie die Hölle hier. Und ich mag die, wenn die noch so schön klein sind und butterzart. Und zwischen meine Gemüsepflanzen. Da habe ich immer gern Sonnenblumen drin. Denn das sieht einfach schön aus. Und das zieht viele Bestäuber an. Hier zum Beispiel Hummel und Honigbienen. Und wenn die Sonnenblume dann fertig bestäubt ist, die Bienen ihre Arbeit gemacht haben, dann lässt sie ihre hübschen Blätter fallen. Und drin entwickeln sich Sonnenblumenkerne. Und was hier so wunderschön steht, das ist der Zuckermais. Wenn man hier schüttelt, dann staubt es. Dann fällt der Pollen runter auf den Maiskolben, auf diese Härchen. Hier wird er befruchtet, beziehungsweise die einzelnen Körner. Und das ergibt dann den Maiskolben. Eigentlich sollte ich ja ganz zufrieden sein mit meinen Stangenbohnen hier. Sie wachsen super hoch. Über vier Meter geht es darauf. Aber, ja, wenn wir mal von der Seite schauen, dann ist es gar nicht mehr so gut. Denn hier sieht man es, hier auf der linken Seite, da ist es ganz gut gewachsen. Und weiter rechts, gar nicht so toll. Hier auf dieser Seite, da sieht man es, das hier soll die Feuerbohne sein. Sie wächst kaum. Auf der anderen Seite gegenüber ist es etwas besser. Und hier unten, ja, da sieht es eher nach Buschbohnen als nach Stangenbohnen aus. Denn die Schnecken haben es total im Griff. Schade. Dafür wächst hier in der Mitte ein Boric. Hat sich einfach ausgesamt. Und er ist voll mit meinen Bienchen, die hier fleißig Pollen sammeln. Hier am großen Gewächshaus richtig schön geworden. Der Blühstreifen, den ich angelegt habe. Kennt ihr den Film dazu? Da oben in der Ecke gucken. Wunderschöne Blühpflanzen. Herrlich. Und viele Insekten. Hier habe ich außerdem einen Zaun gezogen. Da oben noch ein Zaun. Und hier dürfen die Hühner und Enten jetzt freilaufen. Na kommt. Frisches Gras. Auch ihr Entchen kommt. Putt, 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 putt. Putt, 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 putt. Ja, eine Tomate. Ja, fein. Guck mal hier. Da, schau hier. Hm? Ja, fein. Da ist noch mehr. Hm. Und so sind Hühner in ihrem Element. Wenn sie scharren können, suchen können, picken können, das brauchen sie. Und da fühlen sie sich richtig wohl. Und hier die Laufenten. Eine richtige Schneckenpolizei. Die gehen hier in den Hang rein, ins Gras, suchen nach Nacktschnecken und freuen sich. Wichtig, sie brauchen immer Wasser, um mal dickere Schnecken auch gut runterschlucken zu können. Erstickungsgefahr. Der Hahn, der ist natürlich immer mittendrin und passt auf. Die Gesperrbarten hier, das sind Mechelner. Und die Laufenten gehen wieder auf Patrouille, stecken ihre langen Hälse ins Grün, ins Dickicht und finden eine Nacktschnecke nach der anderen. Die Hühner, die scheinen hier zwar zu helfen, aber die fressen keine Nacktschnecken, wenn sie so groß sind. Höchstens die ganz Kleinen. Sie suchen hier eher nach allem, was so keucht und fleucht. Käfer, Würmer, Asseln und so weiter. Was ich ja immer sehr schön finde, ist, wenn die Tomaten so langsam anfangen, reif zu werden. Hier zum Beispiel die Ukrainian Purple. Oh, die hier ist schon reif, die machen wir mal ab. Hm, wie schön die aussehen. Und tragen richtig reichlich. Live-Verkostung, die erste Tomate. Oh, es ist einfach ein Traum. Unglaublich. Es ist so was Schönes, Tomaten zu haben. Das hier sind die Journey Prince Tomaten, wachsen auch toll. Ab und zu haben sie mal hier so eine Verwachsung. Das macht aber gar nichts, das heilt sich immer bei den Journey Prince wunderbar. Und auch hier werden sie langsam rot. Und schaut euch diese Brummer mal an. Rigottis Riesengartentomate. Von meinen Verwandten aus Italien. Aber es dauert noch ein bisschen, bis die reif werden. Gleich daneben Rigottis Ochsenherztomaten. Auch hier dauert es noch ein bisschen. Auch wenn die erste hier schon langsam rot wird. Auch Riesendinger, hm? Mom's Paste, die Einmachtomate. Ebenfalls riesig, hier die Ananastomate. Und nicht besonders groß, aber zuverlässig und immer gut, die Black Cherry. Und so geht's weiter. Einfach pflücken. Sieht's nicht wunderschön aus. Zack, grüne weg. Ein Traum, sag ich euch. Ein Traum. Hier sieht man erstmal nicht viel. Aber hinter den Blättern, da kommen die Paprikaschoten zur Geltung. Auch hier wird noch rot. Riesig. Ach, von denen muss ich unbedingt Saatgut nehmen. Jetzt schaut euch mal die Farbe der Tomate hier an. Alki Blue Blood. Sind die nicht herrlich? Spitze Paprika. Auch da ist schon die ein oder andere rot. Kleine runde Paprikaschoten. Wunderhübsch. Und hier hinter mir ein riesiger Busch Basilikum. African Blue. Ach, riecht herrlich. Das gibt eine Menge Basilikum-Pesto. Voll erwischt hat's meine Honigmelonen. Ja, hier sieht man's. Mehltau. Ah, schade, schade. Jetzt hoffe ich einfach, dass die Früchte noch ausreifen werden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Honigmelonen. Drückt mir die Daumen. Dieses kleine Bäumchen hier, eine doppelte Philips-Birne, steht schon sehr lange. Aber so richtig tragen will sie eigentlich nicht. Aber schaut hier. Ah, wenn ich ein bisschen Glück habe, meine erste Birne von diesem Baum hier. Würde mich super freuen. Noch immer sieht man die unglaublichen Hagelschäden von 2019. Schaut euch das mal an hier. Hier seht ihr die köstliche Fancharnö. Hängt auch ein bisschen was dran. Gellerts Butterbirne, leider winzig klein geblieben. Auch da oben die Früchte, mit ein bisschen Schorf. Macht aber nix. Hier in meinem Ölförderturm, da wächst vor allem eine Pflanze, nämlich die Chayote. Dazu kommen wir gleich. Aber es hat sich einiges anderes auch ausgesamt. Hier nämlich Tomaten. Die wachsen so wild und groß und gesund. Und es hängen auch schon Früchte dran. Klein, aber fein. Deswegen habe ich sie einfach mal wachsen lassen. Und die Chayote hier, die hat Blüten. Früchte sehe ich allerdings noch keine. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Chayote hier und wie sie sich entwickelt, bleibt dran. Kanal Abo. Kostet euch doch gar nix. Einfach draufklicken. Hier sieht man das Meer an Kürbissen. Hier ein Beispiel der Hokkaido. Oder Hokkaido. Noch sind sie nicht reif, die Mirabellen. Sie brauchen noch ein paar Tage. So wenig Kartoffeln es dies Jahr geworden sind. Schaut euch mal die Menge an Trauben an, die hier hängen. Die ganze Terrasse hängt voll damit. Ich freue mich so. Wunderschön. Und ein paar Schritte weiter, hier bei der Luzi. Über ihr hängen auch Trauben. Die werden schon blau. Auch hier hoffe ich auf eine gute Ernte. Ich mache ja viel Saft raus oder vielleicht auch mal wieder Wein. Wenn nicht die Stare kommen zu Hunderten hier reinfliegen und sie innerhalb von einer Stunde so ungefähr alle kahl fressen. Aber das ist dann auch okay. Bist du eine lange Katze, hm? Hm, ja. Viele von euch fragen mich ja, wie geht es denn deiner Schulter? Bist du wieder okay? Ich muss sagen, ich kann wieder arbeiten. Ich kann wieder voll zupacken. Alles in Ordnung. Schlussendlich hat natürlich die OP dazu geholfen, dass ich wieder fit bin. Aber gegen diese höllischen Schmerzen, die ich danach dann hatte, haben diese kleinen Blutekel geholfen, die ich mir habe ansetzen lassen. Video dazu, schaut mal hier rein. Es ist nicht eklig. Es war echt okay. Obwohl ich mich da echt, naja, ich bin da ein großer Schisser. Hoppla. Und hier ist schon die wilde Karde reif. Samt sich aus. So sehen jetzt die Samenstände aus. Und die Blätter. Die Spitzen. Das hier ist ein Wein, der sich hier durchgeschlängelt hat. Das hier sind die Blätter der wilden Karde. Und so eine wilde Karde steht jetzt im zweiten Jahr. Im ersten Jahr sieht es so aus. Kommt mit. Und hier unter dem Blatt vom Kürbis sieht man eine wilde Karde im ersten Jahr. Im zweiten Jahr wächst sie dann groß und hoch. Und gibt so eine Pflanze hier. Ich mag sie total gern. Das sind zwar so Unkrautpflanzen, die sich unheimlich vermehren bei mir im Garten. Dürfen sie aber. Ich mag sie. Und sie dürfen wachsen, weil sie viele Insekten anlocken. Und weil sie einfach hübsch ist. Wir hatten es jetzt ja einige Tage schon ziemlich kühl. Und da haben sich die Herbsthembeeren hier gedacht. Och, werden wir doch schon mal reif. Kein Wurm, wie immer. Hier bin ich auf meiner Streuobstwiese und zeige euch mal meine Bäumchen, die hier so wachsen. Und was ich hier für einen Ertrag habe. Baum Nummer eins. Ertrag. Null. Baum Nummer zwei. Da hängt. Gar nichts. Baum Nummer drei. Eine Birne. Hier habe ich. Nada. Sowas. Aber Baum Nummer vier. Gar nichts. Was ist da los? Gar kein Obst auf der Streuobstwiese. Es sind natürlich Hochstämme. Die brauchen lange, bis sie tragen. Bis zu zehn Jahre. Also langsam könnten sie mal anfangen. Gepflanzt habe ich sie 2013. Zehn Jahre her. Oh, ich bin euch ja noch ein Rezept schuldig. Dazu brauche ich eine Zwiebel. Ganz frisch. Oh, die muss ich jetzt langsam aus den Beeten holen. Beziehungsweise hätte ich schon rausholen sollen. Und neben der Zwiebel braucht man noch Knoblauch, Chili, Zitrone, Senf, Kümmel, etwas Weißweinessig und die drei Hauptdarsteller Romadour, Limburger und eine Harzerrolle. Oh, und Olivenöl. Muss ich aber erst auffüllen. So, jetzt sind wir vollständig und unser Handkäs mit Musik kann starten. So, jetzt geht es aber an den Käse. Und zwar erst mal die Zwiebelchen schälen, die aus dem Garten. Wer von euch erkennt die Sorte? Stuttgarter Riesen sollen es sein, aber Stuttgarter Winzlinge sind es geworden. Macht nichts, wenn die ein bisschen kleiner sind, umso aromatischer. Zwiebeln halbieren. Entweder in kleine Stücke schneiden. Oder hier einfach eine halbe feine Ringe. Sieht einfach schöner aus. Chili gehört nicht unbedingt rein, aber da ich eine da habe, kommt sie bei mir auch rein. Ich mag das ganz gern. Vorher mal probieren, nicht dass sie zu scharf ist. Die ist zu scharf. Nee, das würde mir das Essen versauen. Tut mir leid, die werde ich trocknen und als Chili-Pulver verwenden. Oh, da tränen einem in die Augen. Knoblauch. Dann haben wir einmal Romadur und Limburger. Wer von euch weiß den Unterschied? Ich habe selber keine Ahnung. Den schneiden wir einfach hier in Scheiben. Ich mache das Äußere nie weg vom Romadur oder vom Limburger. Bleibt bei mir immer dran. Dann Harzer Roller. Der ist aus Molke gemacht. Auch den schneide ich in kleine Würfelchen. Kümmel dazu, nicht zu knapp. Senf. Zwei Teelöffel. Saft von der Zitrone. Essig. Ich verwende Weißweinessig. Das darf ruhig ein bisschen mehr sein. Aber je nachdem, wie ihr es gerne mögt. Und Öl. Manche mögen gerne ein neutrales Öl. Ich verwende für fast alles Olivenöl. Mir schmeckt es einfach gut. Oh, noch was Wichtiges vergessen. Bisschen frische Petersilie. Passt da einfach wunderbar dazu. Grob hacken. Ich bin kein Freund von sehr fein. Aber jeder, wie er gerne mag. Das Ganze schön durchmengen. Voila. Fertig. Und jetzt kommt die etwas traurige Nachricht. Wir müssen das durchziehen lassen. Am besten über Nacht. Also eine Folie drüber. Bienenwachstuch am besten. Und in den Kühlschrank stellen. Und schön ziehen lassen. Und dann genießen. Aber abschmecken, das tue ich gleich. Einfach gut. Sau gut. Habe ich als Kind schon gern gegessen. Total verrückt. Wer von euch isst das auch gerne? Gebt mir gerne dafür einen Daumen rauf. Oder schreibt es in die Kommentare. Wer mag das gar nicht? Ebenfalls in die Kommentare. Und wer kennt es noch nicht? Ausprobieren. Wenn man was Kräftiges mag. Und denkt dran, was ist der Unterschied zwischen Limburger und Romadour? Köstlich. Abdecken. Bis morgen. Hier blühen die wunderschönen Feuerbohnen. Die schmecken nicht nur gut. Nein, sie sind auch eine Augenweide. Die sind hier in die Hortensie reingewachsen. Und wenn man mal einen Blick reinwirft in die Blüten der Hortensie. Könnt ihr es erkennen? Da ruht sich ein dicker Käfer aus. Das ist ein Rosenkäfer. Die schimmern wunderschön grünmetallig. Und für alle, die beim Rigotti gerne rätseln. Was für eine Pflanze könnte das hier sein? Es sieht nach Samenkapseln aus. So viel kann ich verraten. Die Pflanze steht auf einem hohen grünen Stängel. Schreibt es in die Kommentare rein. Die wunderschöne Stockrose. Ich kann sie euch nur empfehlen. Blüht herrlich im Garten und richtig lange. Hier zum Beispiel in Hellrosa. Die Bienen lieben es. Hier habe ich mal eine Nahaufnahme von der Stockrose gemacht. Den Pollen kann man hier richtig gut erkennen. Die Stockrosen und viele andere Blühtpflanzen säen sich bei mir jedes Jahr wieder vom Neuen aus. Die Stockrose ist zweijährig. Im zweiten Jahr geht sie in die Blüte. Die Bartnelke hat sehr früh angefangen zu blühen. Jetzt ist es aber langsam vorbei. Es sind nur ein paar Blütenreste da. Jetzt samt sie sich aus, auf das sie nächstes Jahr wieder erscheint im Rigotti Garten. Hier sieht man das Herzgespann. Wunderschön. Fast zwei Meter hoch. Ebenfalls schon verblüht und bot Nahrungsquelle für viele tausend Insekten. Ach, und was ich noch ganz vergessen habe zu zeigen, sind hier die wunderschönen Physalis. Die sind richtig schön gekommen. Ich habe sie ja überwintert aus Stecklingen. Und wenn wir jetzt mal reinschauen, dann sieht man sie da hängen. Früchte. Das sind die typischen Lampillons. Überall. Die brauchen leider recht lange, bis sie reif werden. Deshalb muss man immer auf einen guten Herbst hoffen, dass der nicht zu früh kommt, damit die Früchte noch eine Chance haben. Aber wenn es soweit ist, super Ernte, ich freue mich. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen rauf. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ahoi, sagt euer Selbstversorger Rigotti. Sonntag ist Rigotti Tag, nicht vergessen. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich.